hallo zusammen wieder in elton ring ja schon in elton ring aber ist kurz was in eigener sache ich habe jetzt kurzfristig nicht wie angekündigt die kriegen ein paar tage zuvor bescheid wenn wir anrücken und dann heute morgen war man gerade nicht im haus zum anrufbeantworter gesagt kriegt dass die handwerker morgen am dienstag erscheinen und zwar so gegen 8 über 30 und hier die ganze decke aufkloppen und ich musste ja noch die möbel ich habe mich darauf verlassen dass die also rechtzeitig einen tag wenigstens zuvor bescheid sagen für bisschen die möbel und das zeug wegkommen er weg tun und mein equipment auf die seite drücken damit die auto dran kommen weil wir müssen ja das irgendwie prüfen und vielleicht drucken legen und so was das kann also wenig wenig dauern jetzt habe ich ja eigentlich auch schon vor produziert und habe jetzt noch für morgen die dünnstag video hochgeladen mit der anna in elton ring und anschaunster weiß ich nicht ob ich noch dazu kommt vielleicht verdunnerstag was hochzuladen desto werde ich jetzt weil es auch nicht so lang ist das geht dann fixen bei meiner schnelle läutung und das würde ich dann morgen vormittag also am dienstag vormittag hochladen und es tut mir leid aber ich kann jetzt nichts ändern sturm schade die sich zeit august jetzt und ich bin halt da irgendwie ein bisschen unter druck jetzt und so also wenn es dann eben bisschen dauert dann ist was leid ich konnte es nicht ändern ok ich wünsche euch was bleibt gesund und bleibt auch etwas munter macht zu haut ist denn Vielen Dank.